Das spritzt noch Blut aus dem Körper. Da müssen Köppen rollen. Brandner hat Britta von hinten getötet. Oh, Brandner Double Kill, Junge. Jetzt ist das Blut raus. Jetzt ist das Blut raus. Jetzt ist das Blut raus. Und so. Vom eigenen Typen. Vom eigenen Typen wieder so ne Scheiße. Vom eigenen Mann, ey. Aber 6 Kills. Ja gut, es kann sein, dass es bei mir mit dem Killen auch leichter ist, weil ich so ne fette Achse hab. Die würde mehr Schaden machen als ein Scherz. Ach, schon wieder ein Kackpfeil. Hier wird vorne gemetzelt, dass das nicht nur so spricht. Scheiße. Die Typen nicht die ganze Zeit alle gegenwärtig ist voll gut. Und du schreibst immer irgendeine Scheiße im Chat. Ich drück den falschen Knopf und dann bin ich da in diesem Chat Modus. Ich hab jetzt mal Bock einen von hinten zu töten, während der noch zum Angriff läuft. Das wäre so witzig. Ich darf mich nicht feiern. Ach, jetzt brenne ich schon wieder, ey. So ne Scheiße. Und werd vom eigenen Mann zerschlagen. Lass mich doch mal kotzen, ey. Das ist voll ärgerlich, ne? Hm. Aber wär auch blöd, wenn's nicht so wär. Boah, da kommt der Slayer X angesprungen und der Brennan Huff tötet ihn in der Luft, Junge. Bam, haut er den weg. Den miesen Bastard. Oh, jetzt hab ich kaum noch Energie. Ah, man regeneriert ja wieder Energie, das ist ja gut. Dann bleib ich hier hinten stehen. Wo regeneriert man Energie? Wenn man, wenn du stehen bleibst, dann regeneriert so wieder Energie. Das siehst du ja, wenn das so rot wird und so blutig ist. Ja. So schwammig dieser der Bildschirm. Dann hast du zu wenig Lebensenergie. Und da muss man stehen bleiben, einfach nur? Dann kannst du irgendwo in Deckung stehen bleiben und dann kriegst du neue Energie. Lädt dich dann wieder auf. Ach, hier bei uns am Lager ist einer. Oh, toll. Jetzt stand ich da. Jetzt töten die ganze Zeit die Leute hier. Hm. Das ist ja ein Hurensohn. Die im Laufe hier sind da her. Hey, ich bin, ich bin friendly Junge. Der auf den Bogen und der haut weiter drauf und der kommt voll da. So sind sie. Ein Bildklingkötter Junge. Oh Gott, war das gut. Irgend so ein grauer Typ, alter. Haut er in die Rübe und dann smash die Rübe. Ach, ich. Die scheiß abgefuckten scheiß Bogenschützen. Die kotzen mich voll an. Boah, das Spiel ist so gut. Eigentlich könnte man nur das spielen, weißt du das? Ja, hab ich ja nicht zu viel versprochen, oder? Ich krieg keine Kills hin. Da hab ich ihn gepikst? Boah, du hast sieben Kills, man. Was? Du hast schon sieben Kills. Yeah. Ich hab nur noch drei. Ich kann das nicht. Klappt nicht mehr. Ich brauch aber trotzdem ne andere Waffe. Versuch's jetzt mal mit dem Knüppel. Och, das gibt's nicht. Mit einem Schlag macht er mich nieder. Boah, Hiroshi hat drei getötet, ey. Ja, einer war der eigene. Leckum. Ja, ist egal. Wenn der zwei tötet, kann der auch einen eigenen töten. Was ist überhaupt der Ziel dieses Spiels? Ja, diese Aufgabe noch zu erfüllen, ne? Ach so, dann ist doch jetzt vorbei. Jetzt brenne ich schon wieder, ey. Ich würd halt gern mal jemand anders spielen, deswegen. Und ich bin schon wieder verbrannt. Und da hat mich einer von hinten gekillt. Der Melonen-Jossy. Na, wir müssen aber noch diesen Kack-Wagen pushen, ne? Mhm. Deswegen geht der noch nicht voran. Und schon wieder ein Pfeil im Kopf, ey. Ich glaube nicht. Beim Start schon, oder? Ja, grad losgerannt. Ja, da ist so ein Camper, der steht hier im Lager. Na, oben. Bei dem Feuer ist der diesen kleinen Berg hoch. Ach so, da. Jetzt ist es vorbei. Wie? 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 Wundervoll. das war nicht so erfolgreich bei mir wo gehen wir hin blau blau okay wo ich kann nicht blau dann lass rot bist du schon drin ich bin jetzt bei rot wieso geht das nicht jetzt hab ich bei rot nix ich kann mal rot rein oder ich bin das dann warte mal scheiß denn jetzt bin ich blau glaub ich dann sind wir wohl den gegner teams macht ihr auch nix passt schon ne ich bin blau dann mache ich dich jetzt nur noch platt ich bin rot siehst du eigentlich meinen namen jetzt noch weiß ich nicht da ist schon der erste draufgegangen ich möchte den wäber weggehen und ihn auch dann töten oder fetter hat mich gekillt ja 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 Danach wurde ich eigentlich von Guru übelst zermördert. Scheiße mann. Ich hab noch nix gerissen hier. Ich hab dich getötet, jetzt kann ich aufhören. Wie hast du geschafft für heute, ne? Ach, ich bin ja schon wieder da. Asshole, you killed me and stole my frack, nice. Super. Wie du juckst, Alter. Das ist bestimmt du, das ist bestimmt du. Lass mich durch, ich will den töten. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Irgendwie ist das grad frustrierend, ich hab 5 Punkte bis jetzt. 5 Punkte? Mhm. Besser als nix? Du hast 20 Punkte, verdammt, Alter. Ich hab dich ja auch schon getötet. Ich will ein paar Leute töten. Wo ist der Domek? Wo ist der Domek? Das gibt's nicht. Was in Scheiße. Das ist ein einziges Töten und getötet werden. Ich komm wohl nicht über die 5 Punkte hinaus. Verdammte Scheiße. Wo bin ich denn? Immer noch bei 20, geil. Kann auch nicht wahr sein. Ich bin doch in jedem Spiel besser als du. Was? Mann, wie ich dich bei FIFA mal abgezockt hab. Damals. Ich hab einen! ey, ich hab die 3 Punkte. Meh die nieder, die Sau. Das gibt's nicht! das gibt's doch nicht mann 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 und schon bin ich bei 50 guck mal wie weit oben ich schon in der liste stehe killer mit meinen vier kills hier ich habe vor dir eingekillt und dann dich das ist so gut ich freue mich so oder spritzt noch blut aus dem aus dem hals wir müssen ein privates one-on-one machen für unser versus das gibt es nicht ich treff die einfach nicht ein kopf weniger und dann von hinten ab gemäht aber ein kopf hin so gut wie denn ich habe es voll raus ja mit der linken maustaste oder damit funktioniert das ja das klappt auch richtig gut wenn man dann trifft wenn man dann trifft das kann ich immer mit dabei ist nicht gut vor allem wenn mein gegner jay dobek ist bist du das bist du das bist du das oh gott sei dank du warst es nicht sonst hätte ich dir jetzt ein kiel besorgt warum schreiben ich habe eingetötet ich habe mich selbst getötet dort war schon voll durch jetzt geht nicht mehr zweiten kill und sechs mal gestorben verdammt wofür hast du eigentlich das real gemacht tja ich weiß nicht fragst du dich jetzt auch ne ich muss da vorne rein ganz dringend ich muss dringend ein paar leute töten und hast du wieder den kopf ab das gibt es doch nicht ich sehe schon an die bewegung dass du das bist das ist so gut bin ich so schlecht ja du bist halt nicht so gut wie die anderen schlecht würde ich nicht sagen aber du bist nicht so gut wie die anderen ich hab das voll raus schon ich bin voll der töter und jetzt bin ich tot und boom das war schon schnitt acht kills 8 kills 8 kills 8 kill 9 6 Untertitelung des ZDF, 2020